Lass uns mal zum E-Werk gucken, ins Ressort musst du ja nicht, du musst ja zum, ach ne, du musst auch ins Ressort. Ja, zum Heli da hinten. Ja, ja, dann lass uns schnell zum Heli rennen. Und dann rennen wir runter zum Pier und von dort dann zur Villa. Okay, und alles was dazwischen ans Gäste kommt, haust du da weg? Mhm. So ist der Plan. Ein guter Plan. Ich hoffe, er gelingt auch. Aha. Schon wo bist du? Ich mach grad einen Sprint zu dir. Ach so. So. Ich kann das mal essen, lass es dir schmecken, dreh rum, bumm. Guten Hunger. Okay, hab die. Oh, hier kommt was. Alter. So, der hat ja geschluckt, Junge. Ich geh mal hier an diesem Geländer bisschen außen rumlaufen, gucken, ob ich noch rein seh. Ja. Oh, ich hör ein Skeff irgendwo quieken. Ne, da kam grad von unten hochgerannt. Erzähltest du ne Nate? Ja, ich bin das mit der Nate. Das ist ne Stress, ey. Ah, okay. Ich lauf einmal komplett hinten rum jetzt. Ja. So wie der Typ gelaufen ist und guck mal, ob hier noch einer so rumsteht. Also ich schlafe jetzt von hinten auf dich zu. Ne. War free bis jetzt, um es zu sehen. Krieg ich den da rein? Ja. Eine Schrollflinte war der, ne? Ja. Boah, ne Koron, von wen ist die? Von dir? Ne, willst du mitnehmen? Ich hab die einfach... Na dann nimm mit. Ich will nicht hier aber schon wieder überlastet sein. Der hat einen Graselm. Ja, hab ich mir auch gedacht gerade. Oh. Stimmt. Das war ja wieder geil. Das war ja wieder ein Kill mit der Skeffeste. Ja. Fehlt mir nur noch einer. Hast du die Strohfhinter auch schon nachgeladen? Ne, noch nicht. Falls du sie mal einen Ernstfall brauchen solltest. Mhm. Das ist eine gute Erinnerung. Ja, ein Schuss. Ne, jetzt. Hä? Ah, eine in die Kamera oder was? Der war komplett leer. Ja. 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 Wichtig und richtig. Er war gut unterwegs. Der hat doch auch nicht geschossen. Hat er geschossen eigentlich? Ja, der hat auf mich geschossen, aber gar nicht getroffen. Oh. Ja. Mhm. Mhm. Und siehst du den Striper-Scape? Da oben? Minus. Ja. Ich renne nochmal aufs Geländer. Ja. Bin ich dabei. Nein. Das sieht aus, als wenn man von hier rüber springen kann. Ja. Wichtig so. Geht? Ja. Ja. Ich habe hier noch Scape-Quest und es ist wieder bloß immer mal ein Scape irgendwo. Oh. Oh. Geil. Oh. Was war das? Oh. Marktumschlüssel für Ressort. Welcher? RBVO oder RBBK? RBVK oder sowas? Nee, RBVO. 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 Ja, das sitzt hinten bei den Baracken. Ah. Das ist gut, ja? Also nicht bei den Baracken, wo die großen Häuser sind, sondern diese kleinen Baracken, die beim Bahn haben. Genau, beim Bahn. Da kostet... Andi, sag dir nicht, was da kostet. Sag's. Jetzt wirst du ein bisschen erwähnt. Na, ich habe einen E im Docks Case. Nämlich. 400.000. 400.000. 400.000. Ah, ich will die Schlüssel mal behalten, ich will auch mal Schlüssel spielen und so. Ja, ja. Und dort kommen wir auf alle Fälle, bauen wir rein. Ja, den habe ich auch. Ich habe auch den anderen. Mhm. So sind gute Keys. Ui. Das meiste zwar nur Müll drinne, aber manchmal hast du Glück. Mhm. Deswegen. Ich habe mir auch den Dorms Markroom Key gekauft, habe den achtmal benutzt, da war nur Müll drinne, beim neunten Use mache ich auf, sind zwei Injector Cases da. Boah. Geil. Dann ist das Geld wieder drinne. Ja. Aber wäre die Runde nicht gekommen, wäre ich am Arsch gewesen. Ich habe mal das Geft gefunden, den Schlüssel. Ist auch gut. Brauchen wir ja nur eben für eine Quest eigentlich. Ja. Aber den kriegt man ja jetzt ja eh offenbar mal für zwei Millionen. John, willst du irgendeinen K36? Ja, will ich mitnehmen, warum nicht? Schön, komm hoch, hier oben liegt es. In der Waffenkiste. Ach, die GSS. Ne, in der anderen. Welche anderen? In der Waffenkiste. Da hinten in der. Weiß gar nicht, was das hier sind. Sind das auch Waffenkisten? Hier in der schwarzen. Habst du, habst du. Okay. Hier auf dem Tisch waren auch noch ein paar Sachen, ne? Ja, ich bin voll. So ein Müll, Alter. So eine Scheiße. Alter, so ein Rotz. Mist. Ich wollte den Helm schön wegschmeißen. Jetzt habe ich ihn auf dem Präsentierter gelegt. Warte mal, mir fällt noch was ein. Äh, Steps, 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 Steps. Wo? Hinter uns. Das ist gut. Das ist gut. Hit. Keine Nades, ne? Doch. Scheiße, wo war denn der? Bist du tot? Ja. Hä, wo war denn der? Scheißdreck. Mist. Ich wollte meinen letzten Kill erzwingen, Junge. Spielt gute Munition. Doch jetzt bin ich closing. Was ist immer wieder zu sitzen? Klar, muss ich erzählen. Was ist schön zu suicidal? Bis zum nächsten Mal.